Hallo, die Chaos-Einbrecher sind wieder da und diesmal müssen wir uns in Sicherheit bringen. Und das tun wir auch. Wir haben es in der letzten Folge probiert und sind kläglich gescheitert an den Polizisten am Auto unten. Diesmal auch was ein bisschen klüger, ne? Ja. Vergiss die Kohle nicht mitzunehmen. Hi. Hi. Bei mir ist der Ausgang, ne? Kommst du zu mir? Ja. Das war einfach. Ja. Jetzt geht's los. Wollen wir gleich den selben Weg ins letzte Mal links rum? Ja, können wir machen. Schön viele Steckdosen gibt's hier, muss ich ja schon mal sagen. Na, das war easy. Ich hab mir gar nichts geholt am Anfang. Hast du irgendwas? Ich hab mir einen Pokal geholt. Ja, aber ich meine Waffen oder so. Ja, die haben Brust. Verdammt. Ich hab's verpennt. Oh. Weiß nicht, hier drin. Das ist... Nee. Wollen wir hier rein? Schlüssel, oder? Da ist ein Computer. Und ein Schlüssel, ja. Hast du Munition? Kannst du nicht schrauben? Ah, die ist weg? Da müssen wir auf die Katze aufpassen. Oh, die Katze? Ja. Ah, genau. Die Katze. Ich hab keine Munition mehr. Oh, okay. Da kommen die Swords schon. Okay. Shit. Boah, die treffen aber immer. Hä? Du bist da nicht rausgekloppt. Cool. Du bist auf dem Balkon. Ja. Nein. Er auch. Geh. Geh. Raus. Weg. Oh, tschö. Oh, tschö. Oh, tschö. Da ist ein Schlüssel, links. Geh mal kurz nach links. Da ist ein verschlossener Raum. Geh mal da rein. Links. Links. Da ist nochmal ein Swat. Da ist ein Raketenwerfer. Oh, der hat die schon mal. Will ich nicht. Okay. Ich glaub, du kannst mich retten. Oh nein. Da kommt ein scheiß Hund. Hund? Tatsächlich. Ach, Hund ist es. Ich muss mich auch in Sicherheit bringen. Ist weg. Jetzt sind sie weg. Unten ist ein fetter. Jetzt, 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 jetzt. Nicht? Oh, haha. Okay, ich muss dann ganz schnell die Steckdose da hacken. Vielleicht kommt es da oben dann ausschalten. Jawohl, komm. Und du machst einen Hüllenlärm. Los, 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 los. Bonjour. Jawohl. So. Okay, jetzt kommt das schwierigste Teil. Ich hab übrigens immer noch nichts, ne? Keine Waffe oder so. Ja, da lass uns lang. Ist eine gute Idee. Warte, warte, warte. Oh, da ist ein Polizist. Oh, die Frau. Warte. Oh, die blöde Frau. Hier ist ein Gebüsch. Ja, toll. Oh, ich bin mit drin. Oh, die kommt. Ohne Frau. Überall Frauen hier. Okay, was machen wir mit dem Kopf? Ah, hier oben ist die Steckdose. Ja, wir gehen durch. Ah, okay. Schleichen. Oh, nicht schleichen, rennen. Nein! Swords, Swords, Swords. Ich bin tot. Oh, verkleide dich doch. La, 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 la. Oh, hier sind ein paar Frauen in dem Gang, jetzt, wo ich liege. La, 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 la. Du musst mich schon retten, ne? Ja, aber jetzt mach ich erst, wenn die da oben weg sind. Die werden nie weg sein, weil da steht einer am Schalter. Ja, aber je mehr Leute mich dort sehen, desto ist meine Verkleidung weg. Ich glaub, die ist erst weg, wenn du eine Aktion unternimmst, wie Wandeinschleidung. Oder mich wiederbeleben. Nein, auch wenn man angeschaut wird. Achso. Wie an Swords rumläuft. La, 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 la. Okay. Ich bin da. Lauf. Garde. 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 Geht's dir gut? Fuck. Okay. Jetzt hast du ja. Ich bin tot. Nein. Du hast den Alarm ausgelöst. Ich habe doch die Wache gesehen. Und ich bin nur noch in die Lichtschranke rein. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich dich da irgendwie rauskriege. Oh, okay. Hast du gerade gesehen? Ja. Ich muss oben rum. Ich muss oben rum. Ja. Schön ist das hier. Schön. Lila. Oder da ist ein Swat-Team. Noch eins. Kommt das jetzt in die Richtung? Ja. Kommt das jetzt in die Richtung? Oh, okay. Hier unten bei mir sind zwei Damen. Fuck, da kommt der Umgang, der Swat-Man. Ah, muss rennen, muss rennen. Wir sind tot. Wir sind tot. Nicht raus. Nicht raus. Das ist echt so gut. Ja, die sind auch nicht hier. Hm, die war doch irgendwo ein... Wow, da ist ein Swat. Boah, das ist ein Räger. Scheiße, die Suche überall jetzt. Was machen diese Leute mit Schlipsen hier andauernd? Das sind Büroangestellte. Oder FBI-Männer. Ja, da hätten sie, glaube ich, Pistolen. Wie soll ich denn da zu dir kommen? Ich habe jetzt hier freie Bahn. Ja, aber da sind überall die Lichtschranken. Oh, jetzt habe ich hier zwei Swat-Männer. Ich glaube, du musst hier schießen lassen. Moment, Moment, ich versuche mal was. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, ich habe hier irgendwo jetzt... Ich habe leider keinen Schlüssel. Zumindest sind ja noch zwei Computer. Vielleicht kann ich Lichtschranken mal deaktivieren und dich irgendwie holen. Ah, okay. Das hat sich gerade erledigt. Das ist doch echt schwierig. Okay, vielleicht ist der Hacker doch nicht das Beste hierfür. Wir müssen mal Red Hat. Ich nehme mal den Gentleman. Oh. Oh, ich starte ganz woanders. Und da... Ach, hier sind die Sachen. Ah. Okay. Rechts war... Hier ist noch Pokal. Irgendwo muss noch einer... Hier da oben ist noch einer. Noch mehr Kohle. Ich habe einen Swatman bei mir. Er mag mich. Cool. Dann lass uns mal hier raus. Da oben ist noch ein bisschen Geld. Mögen die dich generell alle? Anscheinend. Mag der mich zumindest. Wir müssen aufpassen, keine Steckdosen. Also wir können sie nicht hacken. Und ich dachte, ich bin versteckt. Ah, okay. Ah, guck mal. Mag mich doch schon. Komm, Schatz. Komm. Komm mit. Das sind noch Punkte. Alles so unruhig bin ich nicht. So. Aber ich nehme an, dass ich gegen Frauen dann macht's bloß sein werde. Wahrscheinlich, ja. Aber ich bin der Gentleman. Wenn ich gehe, dann... Oh, wir müssen trotzdem auf die Schrauben aufpassen, ne? Siehst du? Nein, nein, nein. Ach komm. Ich mag's nicht mehr. Was? Ich belebe dich gleich wieder. Keine Sorge. Vielleicht geht er noch. Ich kennt keiner. Er hat den da angeschossen. Das hat den nicht gejuckt. Naja, er hat eine cool, sichere Weste vielleicht deswegen. Ach, dann oben ist einer. Ja, soll er machen. Ich hole mal gerade hier. Dann müssen wir auch eh rechts lang, oder? Ja, ich möchte mir gerade nur den Verbandskasten holen. Achso. Ich gehe oben rum, hole mir die Punkte. Ich gehe da unten rum. Ah, da ist ein Anzug. den kannst du hier holen. Wo? Rechts hier. Ich brauche den nicht. Oh nein, die Frauen werden echt misstrauisch gegen mich. Es läuft richtig gut, ne, mit den beiden? Wahnsinn. Das sind die Cheater-Klassen, hm? Das ist einfach mal direkt zum Auto gehen, ne? Hier sind Frauen drauf. Wo war's das für mich? Da, hier zum Beispiel. Aufpassen. Nein. In den Lichtschranken. Oh, cool, die Frau hab ich auch. Moment, was machen wir denn mit Lichtschranken? Oh, fuck. Soll ich mich auslösen? Ja, ich gehe einfach mal hier lang. Okay, ich bin im Auto. Komm mal auf. Du bist von dem Auto? Ich bin im Auto, ja. Sporting. Hättest du offen? Ich bin drin, ja. Ich warte nur noch auf dich. Komme. Cash, du six. Na. Hahaha, geschafft. Das war's der Cheater-Trick hier. Okay, war's das jetzt? Das war's. Wir haben Epilog unlocked. Ich glaube, der war cool. Ja, wir können das noch machen. Gut. Ich bin wieder alleine. Ich auch. Was sind wir denn hier? In der Kapelle? In der Kapelle? Oh, da gibt es hier einen... Boot out. Hä? Wer rennt hier rum? Bist du das? Das bin ich. Gibt's Shootout. Was ist denn ein Shootout? PvP oder was? Na? Du hast mich erschossen. Ja? Du hast doch gesagt PvP. Nee, ich hab gesagt, ein Shootout, aber nicht PvP. Achso, was ist denn ein Shootout? Ja, das ist hier nochmal das Finale. Wir wehren uns gegen tausend andere. Und? Wo sind die? Aber anscheinend... Weißt du, du musst uns doch gegeneinander umbringen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich bin seltsam gerade. Was hast du für eine Reichweite mit dem Scheiß-Ding? Weiter wie deine. Ja, was soll man denn machen hier? Weiß es nicht. Siehst du irgendwo einen Ausgang? Nee. Ich sehe einen hier unten. Ah, hier ist ein Auto. Aber ich kann da nicht einsteigen. Wir hätten uns vielleicht mal durchlesen sollen, was wir machen sollen. Ja. Steel Small Fortune. Ja, was hab ich da gemacht? Und nun? Wie komme ich denn da raus zum Graveyard? Achso, genau. Gute Idee. Okay, ich bin noch im Graveyard. Wie komme ich jetzt hier über das Gitter? Ach, da oben rum. Ich glaube, da hinten ist auch der Ausgang. Okay, play. Eine Katze? Okay, play. Stopped to shooting each other. Ach, please stop shooting each other. Wir sollen uns nicht mehr beschießen, hat er gesagt. Oh, hier ist eine Katze. Was ist denn das hier oben? Da war ich gerade zum Schuss drin. Ja, das ist doch noch. Lass uns mal wissen, wir müssen uns von den Gräbern zerstören hier. Auch nichts passiert. Ich hab jetzt so viel Munition hier. Ja, was soll man denn machen? Weiß nicht. Komisch. Oh, jeder von uns hat. Ich hab zwei Pokäle, du hast zwei Pokäle. Ja, hier geht's raus. Auto geht nicht. Ja, komisch. Kein Plan. Den Gräbern hier kann man auch nichts machen. Kannst du mir hier mal ein Loch in die Wand schießen? Vielleicht gibt's hier oben in der Ecke, oder was? Ja, ich hab keinen Raketenwerfer mehr. Achso, dann hol ich mir eben mal einen. Wer hätte gesagt, dass wir uns nicht beschießen sollen? Der Mann im Tum. Okay, hier ist auch nichts. Ah, hier ist ein Gebüsch. Achso, da geht's. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich hier? Ach, ich hing an einem Stuhl. So, ich hab dich gerade mal erschossen. Ja, hab ich gesehen. Ich hab mal alle vier Pokale geholt. Ach, du hast alle vier jetzt? Ja, ich hau jetzt ab. Verdammt, ich hab gerade geklickt. Juhu. Okay, das war's also. Das war's, liebe Zuschauer. Wir haben Monaco, die Locksmith-Story, damit erfolgreich abgeschlossen. Waffel 1 ist beendet. Genau, und irgendwann in Zukunft machen wir dann mit der Story von Pickpocket weiter. Aber wir machen jetzt erstmal eine Monaco-Pause. Ja, es reicht. Ja, also. Vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.